Und noch mehr, und noch mehr. Ja, plus Bonus. Oh, Topplatz um in Dorms zu bieten. Aber wir können auch rüber laufen, wieder. Wollen wir Dorms oder wollen wir hier hinten wieder Trackhouse? Nee, ist egal. Trackhouse, aber ab, Alter. Nee, ist das auch egal. Ich will die Waffe ein bisschen ausspielen. Ja, dann geh wir hier, ne, bitte. Oh, die hat nur eins Luft mehr? Ach ja, stimmt, das ist ja nicht cool, 27. So, rechts könnt ihr jetzt einer sehen und sehen. Bist du schon irgendwo durch? Ja, ich bin durchgegangen. Ah, da. Okay. Bin in der Mitte. Bin drauf. Bleib mal hier hinten im Gebüsch, ne? Du kannst auch hier in der Mitte gehen, dann hast du bessere Sicht. Was? Wie geh ich weiter vor? Hey, hör doch mal auf. Ich will die weg. Das geht's. Den bist du hochgegangen? Ja. Ah, das ist ungünstig für mich. Dann geh ich ein bisschen tiefer. Ich bewege dich nicht zu viel, damit ich nicht immer denke, dass deine kommen. Oh, da kam ein Schuss. Toni, wo bist du? Ich bin hinter dem Container. Hinten zur Wand und da links. Also bei den Containern. Das sind blaue Container. Okay. Hinter dem... Für euch ist das hinter... Naja, ich weiß wo. Ja. Ja, weil ich die andere Seite absichere nach hinten. Also hinter diesen Ganscontainers bin ich. Okay. Hier laufen sonst Millionen Leute lang. Ich will auch nicht zu hoch gehen. Irgendwas gehört hier? Ja. Direktor bewegt sich, ne? Ja. Wo war das? Beim LKW. Da bei mir an der Ecke. Hier sind Skeffs auch hinter den... Ein Spieler ist hinten beim Schmugglerboot, glaube ich, lang gelaufen. Da kann ja kein Skeff sein, ne? Nee, da direkt nicht. Hab ich nur kurz gesehen. Scheiße. Kommt doch einer durch, Junge. Ich hör doch hier was. Ich hör doch hier was. Ja, da macht eine Taschnummer an und raus. Da wo wir durchgekommen sind. Kommen sie. Hier sind zwei. Am Gastank. Ja. Die Gegner. Ich bin down. Einer kommt hoch. Treppe hoch. Ich bin oben. Der kommt noch zu dir hoch, Jack. 49 Schaden. Was hat der mich mit Eifschuss weggeholt? Schon keine Lust mehr auf das Spiel geben, Alter. In die Augen direkt. Rein Damage gemacht, ey. Wie geht das immer, dass sie genau wissen, wo du bist? Mein letzter Helm. Und den letzter? Ja. Okay. 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 Hier ist der, bläht, hier ist der. Ja, bläht, schritte, scheiße. Jebalschke, bläht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich trinke erstmal was. Ich bin tot, ne? Es sind alle tot von uns. Wie jetzt? Ich glaube ich habe noch einen. Ja, ich habe noch einen. Ich bin tot, ne? Ich bin tot, ne? Was? Ey, und ich krieg direkt einen Kopfschluss in die Augen. Wirf meine G20 weg. Oder nimm die mit, wenn du willst. Ich muss mich jetzt mal heilen. Macht der das? Du bescheißt. Wir haben ja Steffen weggeholt und ich habe nichts gemacht und wusste direkt, dass ich da oben bin. Ich hatte keine Granaten mit. Da hätte ich lieber eine raushauen sollen. Ja, ja. Und dann kommt der eine ja hoch. Ich schiebe so. Ja. Dann habe ich unten einfach auf den Gang eine Granate reingeworfen. Hier oben hin. Der Typ läuft weg. Und ich sehe ihn. Ich bin tot in den Augen von ihm geschossen worden. In Hammerstein gedreht und bin weggeschossen. Aber hätte er was angehabt, dann wäre Tobi auch tot gewesen. Ja, der erinnert mich da. Ja. Und ich habe eine Scheiße hier bei mir. Ja, und ich habe auch extra eine Condorbrille und alles mitgehabt, ne? Bad zwischen die Augen. Ja, die ist grob zum... Ja, aber ey. Aber die haben auch fette Helme und alles. Ich würde das vielleicht nicht alles mitkriegen. Das war nicht klar. Du musst dann in den Büscher neben mir werfen. Ich hoffe, dass sich keiner findet. Und nächstes wird der erste Kehr sein wie viel Spiel. Ich habe nicht mal 200 Punkte bekommen bis jetzt. In den ganzen Abend heute. Das geht's? Ich werde jetzt einfach mal machen. Ich habe mich angeht mal noch. Das geht's nicht so. Ich habe ihn mit euch gelegt. Ja. Dann noch geschossen. Dann noch geschossen. Ja, ich krieg vielleicht Besuch nochmal. Ja, ich krieg vielleicht Besuch. 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 Ich kriege Besuch. Ich kriege Besuch. Ich kriege Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also tot. Ja, du hättest aber ein bisschen freundlicher sein können. Der muss mal gucken. Ja, ich guck. Die rechts oben habe ich auch. Das alles hier war voll mit Panzerung und Helm und Waffen. Warte mal, sonst lass uns mal ein weiteres Tiefer gehen, damit Toni in Ruhe spielen kann. Ich bin gleich raus. Du hast mir meine Waffe geklaut. Welche? Die ASV. Nein, nein. Das ist die von so einem anderen, den ich mal weggeschossen habe. Sehr gut. Wie war es geholt? Sehe ich gleich. Ähm. 7, 1, 2, 3. Ah, 4 Spieler. Krass. Eine gute MP-Fall. Hast du meine Gärten 20 Meter rausgenommen? Ich habe keine Zeit gehabt. Aber da lief auch gar nichts rum. Also es kann es wieder kommen wahrscheinlich. Mhm. Aber du hast trotzdem schön was noch.